Ahoi ich Irlandraten, wir sind hier gestrandet an der Wall. Wir wissen nicht mehr was wir tun sollen, deswegen schießt uns jetzt alle gegenseitig über den Haufen bei einer neuen Runde. D-d-d-d. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt und alle Freunde hier wieder versammelt. Vor der großartigen Wall, ihr kennt sie vielleicht. Das war ich lecker. Game of Thrones. Jawollo. Wie ist das? Thema hier heute. Jawollo. You know nothing, Lenno. Okay Jungs, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Lenno, Lenno. Was hast du gerade gesagt? Len Snow Wer fährt denn da mit dem Aufzug? Der Major Das bin ich Hallo Major Ist dazu völlig noch jemand bei dir drin im Aufzug? Ne, hier schießt aber einer rein Ja, ich hab's gesehen, das war der Leno Der kleine Leno hat einfach auf den Aufzug geschossen Der Lenny Ohne zu fragen, weißt du? Ich sag euch nochmal, es geht nicht raus, weil dann verliert ihr Leben Also außerhalb der Stadtmauern Und krass, da sind wir kalt draußen, ne? Ja, drin ist genauso kalt Du kannst hochfahren, wie geil ist das denn? Major lebst du noch? Du kannst mal runterfliegen, ey Ach stimmt, du warst ja noch nicht, Sascha, ne? Major lebt noch Ne Roger Ich erlebe das alles gerade zum ersten Mal Roger Roger Ich würd sagen Ey, da steht jemand gesniped Jemand snipe nicht Wo war das? Kann mal jemand hier hochkommen und mit mir einen Trailer-Test dann machen? Ich glaub Sascha war das Ach stimmt, da oben ist ja der Trailer-Ding, ne? Ja, ich hab ne Shotgun Stimmt ja Ich hab auch ne Shotgun, Sascha Komm, Major, wir machen den Trailer-Tester Ey, bist du schon da? Autsch Ja, ich bin schon da Ey, wenn wir jetzt mit Trailer-Tester spielen, dann wissen wir direkt, wer die Trailer sind, ne? Das stimmt, ne? Das sind das die Trailer-Tester? Was sind das denn für Major Antares? Porno-Kisten, Mann Hm Oh, grün, ey Ey, das ist Trailer Ich hab hier grad so Porno-Kisten gefunden, der hat ja der Bonte-Verk Toll Hier, warte ich geh auch? Ich will auch Ja, ne geh nicht, Mann Aber stell dir vor allem ein Feld hier, das ist doch auch nice Kisten und Feather Das ist mein Programm hier Kisten und Feather Fest-Objekt Bin ich denn jetzt nicht? Weil ich hier raus muss Oh Ja, toll Taros war Traitor Er hat Leno getötet und ich muss ihn töten Okay Hä? Was ist da passiert? Ja, der hat auf Leno direkt geschossen, ich hab direkt auf Taros geschossen Der war Traitor, confirmed, oben Okay Das heißt, einer von euch beide ist der letzte Traitor Okay Da muss Curry der Traitor sein Okay, Bronzo, wenn du weißt, dass du Inno bist, kannst du Curry killen Ja Okay Okay Vertrau, also wenn du jetzt ein Traitor wärst, dann wär's natürlich krass Ja, das wär krass Also, dann würdest du mich einfach jetzt so random killen, ne? Ja eben Nein, Quatsch Ja, ich kann aber Major natürlich noch nicht hundertprozentig vertrauen Also, was ist passiert? Taros? Ich hab nen Traitor gekillt, Alter Du hast Taros gekillt, ne? Ja, den Sascha direkt erschossen Und wer hat Leno getötet? Taros Ja Das hast du gesehen, oder hast du Leno? Ja, wir standen mit Leno im Traitor-Tester Und er kam um die Ecke, hat mit der Shotgun den weggeballert und ich hab ihn weggeballert Hm Okay Haben alles auf einmal, Mann, plötzlich Hast du alles auf Band, oder was? Alles auf Band Okay, guck ich's mir später nochmal an, ich töte jetzt erstmal Curry dann, ne? Okay, wenn Ey, ne, du kannst doch, wir können doch über alles reden, Bronze, Mann Chill mal dein Leben gerade Der Magazin ist leer Yo, Curry ist es, Major, komm runter Hilfe Major ist tot, Mann Nee Echt, oder was? Er hat dich einfach im Stich gelassen, Bronze Und ich bin der schlechteste Schütze aller Zeiten Ich hab Curry grad ein ganzes Magazin reingedrückt und er lebt immer noch, ey Hast du das gesehen? Das kann ja immer passieren, Mann, das sind frostige Hände Ja, wo bist du denn, Alter? Ich weiß es nicht Ich bin verschollen, Mann Ich darf jetzt, ich darf nicht auf der Stelle stehen bleiben, dann hat mich Curry Das ist das, was Curry will Ich will immer, dass du auf mich stehst, Mann Ja, auf der Stelle stehen und dann mich Ne? Ja Penetrieren So, warte mal Boah, ich verbrenne mich die ganze Zeit an den Fackeln, ey Hä? Ist der hier irgendwo? Ich hab grad irgendwas gehört, aber ich vertraue hier niemandem, ey Ich bin hier nirgendwo, Mann Irgendwo, nirgendwo, ne? So Alter Curry, komm raus, wir treffen uns in der Mitte Okay Treffen uns, Mann Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Also ich bin jetzt gerade auf dem Fahrstuhl Aha, ja, klar Hä? Ja, ich komm doch jetzt direkt zur Mitte, siehst du mich nicht, oder was? Zum Fahrstuhl Der hat vor dem Fahrstuhl aus Hallo Curry Oh, wo bist du denn, Mann? Bronzer, komm doch mal her Alter, die zieht ja überhaupt nichts Alter, keiner eins ist, Mann Ey, das ist so witzig, ne? Boah, voll erschrocken, Mann Ich hab den, ich hab den sogar noch zweimal getroffen Scheiße, ey Das Blut hat noch gespritzt Curry und Bronzer stehen sie eine halbe Stunde gegenüber, nichts passiert so was Ich hab ihn nicht gesehen, Mann Ja, das Ding, Bronzer schießt erstmal ein ganzes Magazin daneben, ey Hast du das gesehen? Ja, ja Ja, wie gesagt, es ist kalt Einmal kalt, so, weißt Es ist windig, und, und, ja Das, das kommt halt zusammen Sackdory Ja, man, Melcher, das kann doch passieren, Mann Du bist ein, du bist ein Soldat, Mann Und Moped Moped, Moped, Moped Mit Moped on Tour, Mann Ja, cool, ey Ja, Bronzer, Mann Hast mich noch weggegräbt Ja, Bronzer, danke, Mann Danke Ja, richtig cool, Mann Oh, danke, ey Du hast zwar nicht gesagt, dass es gut war, aber danke, ey Sollen wir, sollen wir jetzt sagen, dass wir den Traitor-Tester weglassen, oder wollen wir den Weg mit benutzen? Ja, äh Wieso nicht rein? Also, ich würde ihn ja jetzt schon benutzen, gerne, ne? Jo, hier ist eine Wolke, Traitor Taurus ist ein Traitor Bronzer, geh mal da aus dem Tor raus, Mann, das ist voll cool Ey, ich glaube nicht, dass Taurus ein Traitor ist Das wäre saugeil, wenn es mal, äh, so eine Instant-Action gäbe, wenn hier alle Dinge ins kommen, diese Untoten, Alter Da ist er dann so, uuuhhh Ist jemand schon hochgefangen? Ey! Wer war das? Major? Ja, sorry, Mann Ich glaube, der wollte dir einen Headshot geben, Mann Hast du irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen, Major? Ey, ich hab dich angeschossen, das wollte ich nur sagen Ja, aber warum? Alter, Sascha Lenn, warum bist du angehörtet? Weil ich grad nach draußen gerannt Lauf mal nach draußen, da ist kalt Ja, ich Töste jetzt den Major Wer wohnt denn? Wo kann man denn da raus? Hier Ich dachte, ich könnte dich töten, Mann Wo? Das große Tor öffnen und dann einfach rausrennen Wo ist denn das? Wie kann man das denn öffnen, das große Tor? Alter, ich bin doch grad zum großen Tor gerannt Major ist jetzt schonmal halbtot, ne? Also merkt euch mal so Wer fährt da grad hoch? Halbtot Ach, Leno, okay, alles klar Leno fährt hoch Ich bin schon halbtot Leno fährt immer bad Duft, duft, duft Lenn, bist du Traitor? Lenn, bist du Traitor? Duft, duft, duft Ne, wieso? Ich weiß nicht Was möchtest du denn oben? Traitor-Taster Achso, möchtest du den nicht zufällig Umbauen, damit du dann sagen kannst Kommt mal alle her, ne? Mich nicht umbauen Der Bronzer würde sich auch gern umbauen So ein Bronzer Ey! Luftschlag! Was? Luftschlag, Luftschlag, Luftschlag Alter, ist das? Oh, Alter Ich habe überlebt Danke, Curry, Mann, für den Hinweis Alter, ich hab fast gestorben Ja, Bronzer hat die Schnauze, Mann Ja, ohne Witz Ich bin hier doch in letzter Sekunde Ich hab grad durch die Tür gehascht, Alter Bronzer Gehascht bald Bronzer Danke, Curry Danke, dass du so hilfbereit warst Hättest du mir das nicht gesagt, wär ich gestorben Die Möglichkeit, ich denk, dass ich so scheiße, Mann Höh! Höh! Baby, von deinem Major ist es Nein, 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 warte Major 100% 100% Ja, ich war's Ich war's, Leute Ich kriege Schaden, warum kriege ich die ganze Zeit Schaden Ich war's doch, Leute Wegen den Flammen Hab ich dich getroffen, Major? Ich war's Ja, aber warum? Ich will Ja, weil ich euch töten will Aber ich kann mir grad nichts kaufen, Mann Ja, das ist scheiße, ich weiß Bronzer, ich bin bei dir Ich vertraue Bronzer übrigens Ja? Kevin? Was? Wut 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 Holy shit er verging ernst erlebt noch du bist ein Arschmach, du bist jemanden, nein, komm her, wo bist du du Sau, du bist da oben, oder ich hab Zeit, Leno, ich hab Zeit mir ist das egal, du musst nach unten kommen, ich muss hoch was gehört, Leno, kriegst mich nicht ich krieg die ganze Zeit an, ich werd jetzt drauf gehen ist das jetzt zu kalt oder was ich krieg genau Schaden, wenn ich ihn abschießen will das ist doch unfair ja, Leno, jetzt wird dir mal ne Jacke eingepackt nach Westeros was ist das denn, guck mal ja, warum kriegst du denn Schaden? weil es doch oben kalt ist, alter, das hast du auch wenn du rausgehst vom Tor ja, aber wie low ist denn das Haus da drüben, wo man die Treppe hochkommt ja, ein Fackel an der Wand, weißt du, man verliert die ganze HP das ist echt so alter, ich wurde, ich lauf so, alter, wo warst du Major, Mann? ich sehe nur, wie er so ein Baby aus seinem Arsch rausballert, weißt du hast du mich gekillt, Leno? ja, ja, alter, wo warst du denn das für mich? und wie der Leno immer so ne, so ne Etage weiter runter gestürzt ist, so oben war ich auf der Mauer alter, ich wollte grad Major abdrücken, auf einmal bin ich tot, weißt du abdrücken, ey, richtig nice, ey ich hab auch den Airstrike übrigens gezündet Major? ja, ja ne, aber ohne Witz, Karin, hättest du es nicht gesagt, ich war direkt da so um die Ecke, ne und hab das überhaupt gar nicht gecheckt, weißt du ja, ja, ich sehe auch nur so einen Laserstrich, alter ja, dann werd ich fast zu tot, ey wir müssen uns doch helfen, mann, alle Innocent okay, ich bin Innocent, der braucht meine Hilfe Hilfe, jemand Hilfe! ne Major Hüpf, Turmverfreude ich bin der Hüpf, ich bin der Hüpf, okay ich spinn der Hüpf vor komm mal hoch, Evan will ich reingehen? ja, klar lauf ich über den Turm hoch, oder was? weiß ja, wie low das ist, ne alle wollen wir jetzt von hier rein? kann man hier eigentlich rein? ja, guck mal hier, ein bisschen aufer im Feuer drinnen ja, wollt's mich rein, ne geh weg, geh weg, geh weg, geh weg ne, ich wollt mit rein du kannst die Tür nicht öffnen also komm, wir machen mal richtiges Feuer, dann kannst du die einschicken? ja, das ist ja voll schön jetzt guck, pass auf, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg haut der Leno jetzt erstmal die C4 da rein, oder was? auch du mal ein Stückchen oh, hast du das gesehen? das ist ein Feuer oih, Mäscher hä, alt Mäscher verbrechen lol jetzt reicht's, man er ist right, er ist right, er ist right er ist right okay, wir sind tot alle in Deckung oh, ich geh nach draußen du sitzt aufm Curry wo, Alter Nenno sitzt auf mir, Mann, wir haben uns gesaved scheiße, Mann wir haben uns gesaved, Nenno ich bin durchs Haupttor gegangen und hab mich dahinter versteckt, Alter Alter wir haben uns gesaved oh, Alter wer war das? kann das sein, dass du's bist, Bronze? also Mäscher war's nicht, weil der hätte sonst ein Fernglas in der Hand gehabt na klar, Curry auch nicht das war auch nicht Curry und ich haben uns auch gegenseitig gesaved also beide, wir waren's nicht auf jeden Fall ohne, das war der Bronze also ich war der Bronze der hat wahrscheinlich das Tor vorher aufgemacht hat dann den Airstrike gesetzt und dann direkt hinterm Tor ja, aber Arsch, Alter der Bronze hat sich komisch gemovt hier in keiner ja, ich hab im letzten Moment nur gesehen, dass es runterkommt ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte, hab ich halt durchs Tor so wie schnell hätte der denn sein können, der Bronze Tor auf Tor zu so ja na gut, ob der Bronze das dann so hinkriegt, ist dann auch die Frage ja eben ja eben ja eben Traitor sind hundertprozentig Curry und Bronze die Logik ist halt Curry hätte ich das so geplant, hätt's nicht funktioniert weißt du, aber dadurch, dass ich's nicht geplant war hat's irgendwie grad mal so geklappt, weißt du ja das ist halt so der Skill, Mann ich versteh's auch nicht ganz aber ach, Leute Leno Bronze, wir glauben dir, Mann da komm Bronze Leno will was von mir, Leno Hilfe Leno will mich tun der läuft die ganze Zeit schon so zickzack, Mann ich weiß nicht, immer wenn ich mich umdrehe du hast doch selber gesagt hinter mir ja ja ich weiß teilweise bisschen im Traitor Menü hast du gezündet? ja ich hab mich von Bronze fern tschüss ja, von mir ja, von mir ja, von mir von Leno danke, Major von Leno keine Granate jetzt geworfen eine nette Granate granata granata also Bronze ist sehr verdächtig ja, wieso denn ja, ja soll ich doch oben langlaufen oder was ne, ne war ein aktuelle Bronzer das Bronzer ja, was denn? einer auf der Wall oh, ein Airstrike ich hab mich grad noch durchs Haupttor retten können ja, ohne Witz hast du das nicht gesehen, Mann, Alter das war voll episch ja, ja Curry, hast ne Babygun ey, was? ich fand's geil Babygun ja, Curry Straiter ah, Babygun ich bin zur Seite gegangen Curry, schieß ab was ist hier los, Mann alles, Leute ich hab ihn getötet also, was blinkt da? ja, Curry, war wohl nix, ne? was blinkt da? ich hab ihn wer hat Curry getötet? Taros ist safe ich hab ihn getötet ich hab ihn getötet erinnerst du dich noch Taros und Leno? Curry und Bons sind 100 pro Traitor ja, die sind sie auch nee, nee, ich bin kein ja, Curry ist schon mal Traitor vertrau nicht Leno ja ey, warte mal Major, du hast ja Schaden genommen hat Curry auf dich geschossen? ja ok, dann ist Major auch schon mal safe das stimmt theoretisch dann ist schon mal Leno ist es, Leute Bronzo, wenn du weißt, dass du Inno bist dann kannst du ihn killen ja, der ist doch Traitor oh shit oh shit darf ich ihn jetzt töten, ne? nein, das ist Bronzo theoretisch darfst du ihn töten aber ich weiß nicht, ob das moralisch ja gut, ich hab jetzt mal ne Theorie also mein Ausschlussverfahren wie gesagt, Taros ist safe Major ist auch safe oh shit es kann halt für mich nur noch Leno sein deswegen geh ich jetzt auf Jagd ja, aber Taros und ich können das nicht wissen oder du bist Traitor dann müsste ich ja theoretisch kannst du alle verarschen jetzt dann müsstest ihr mich jetzt töten bevor ich Leno töte, ne? ja, dann müsste ich ihn ja töten weil ich weiß, dass er innocent ist ja eben ach, dass ich Inno sind okay, du hast nicht vor mich her du bist tot, Leno alles klar okay, ihr habt beide Schussrecht ey, Leno, komm her wo ist der Junge? wie ist denn Leno? der hat sich tatsächlich grad verraten, ne? unglaublich ich will da nicht, ich will da jetzt nicht mehr haben Bronzo ist so schlecht ey, Leute oh shit du bist Traitor wo, 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 wo hä? Taros hä, was ist denn jetzt hier los? was ist denn jetzt hier los, ey? warum ist auf einmal Taros Traitor? warte mal, wer ist grad gestorben? Leno oder was? Lea, Taros ist Traitor und ein Major hä? und ein Major ist auch tot ich bin jetzt voll verwirrt, Mann was soll ich jetzt tun? na, es tut mir sehr leid Kevin ich hab kein, äh, Recovery Gerät ja, ne, ich kann mir das nicht kaufen äh was mir so viel in Steam schreiben, wie du willst funktioniert huah jawoll, oh Mann, ey, so dumm von uns, ne? ja, 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 ja höll ich den killt oder so, bei Taros hätte ich nicht damit gerechnet Hätte irgendjemanden untersucht, dann hätte ich ihn sowieso getötet. Dann schießt du mich die ganze Zeit daneben? Dann entweder Len oder Bronz, aber Bronz hat natürlich... Hast du mich mit dem Babygun getötet? Ja, ja, der hatte ich mit dem Babygun... Obwohl ich... Alter, was für ne Distanz war! ... daneben geschossen hab, aber die ist wieder abgeprallt. Ah... War hoch. Okay, ich bin wieder innocent. Ich bin auch innocent. Ich freu mich mit den heutigen... Wer schießt denn? Ich hab von oben runter geschossen, Lenno. Nette Trotten, ey. Hä, was für ein netter Versuch. Ja klar, natürlich. Hä, du hast mich echt getroffen. Guck, hä, wer ist hier bei mir? Hä, Lenno ist verwundet, Mann. Bist du doof, Sascha? Du hast mich getroffen, Alter. Hä? Hä, ich hab draußen auf die Stadt einfach auf die Dächer geschossen. Ich hab niemanden angeschossen. Doch, du hast mich getroffen. Ich habe keinen angeschossen. Ich geh auf die Dächer und treffe Lenno, ey. Das... Das wäre echt ein bisschen dumm, wenn ich jetzt Traitor wäre. Sascha hat direkt angesehen, Sascha. Ja, aber warum netter Versuch? Also... Ja, weil es einfach fake ist. Hä, was soll er denn gemacht haben, Mann? Du hast mich doch getroffen. Warte, schießen wir mal auf die Dächer. Warte, schießen wir mal auf die Dächer. Wie soll ich da... Ich hab auf die Dächer geschossen. Ich kann dich gar nicht getroffen haben. Er hat ja nicht gesagt, dass du es bist, sondern dass... auf ihn einfach geschossen wurde. Dann hat jemand anders auf dich geschossen. Der Melcher nicht so. Nein, Sascha muss gewesen sein. Das Beste... Er sagt, der... Taros, du hast auf mich geschossen. Und dann Taros... Ja, genau. Ja, weil es einfach unlogisch ist. Weil es unlogisch ist. Ja, ich hab's da genau gesehen. Ich hab da auch geschossen. Ist es unlogisch, Mann? Ich hab's genau gesehen. Major. Wie überall die Leute hier runterfallen, Mann. Ja, genau. Major. Sascha, bist du jetzt wieder unten bei uns? Wir haben alle verwundet. Ja, ich probiere uns. Ja, ich probiere uns. Ja, ich probiere uns. Wer läuft denn da die Treppe hoch gerade? Ich? Wie so? Komm mal hier raus, Leute. Der Bronzer läuft einfach zu hoch. Okay, Mann, ich komm mit raus. Nein, ich hab nur gefragt. Geh mal da, Sascha, geh mal da rein. Jetzt kommt der Orbital 1. Jetzt kommt der Orbital 1. Was passiert hier? Hier ist entweder Jatt oder... Sonst ist es. No. Sag mal, bist du Traitor, Mann? Vorsicht, wenn wir jetzt sterben... Hey, da verliert man HP oder nicht? Wenn ich jetzt sterbe, dann bist du Bescheid. Aua, ich hab's da angesehen, Mann. Ich hab 10 HP verloren. Major, ich bin bei dir. Wenn ich jetzt tot bin, Majors. Also... 10 HP. Ich bin wirklich... 10 HP. Major. Hör auf dich rauszureden, bitte. Danke. Jahres ist Traitor. Ich bin Matur. Hey, ich fahre ihn. Hey, Lennu angeschoben. Hallo Bronzer! Ja, fahr mal, fahr du mal! Ja. Wenn ich jetzt tot bin, ist es Curry. Ich bin noch nicht tot. Okay. Ja, Bronzer! War knapp, ey, es war knapp. Curry! Was hast du vor? Was hast du vor? Kirschiii Welcher Mann? Wie der immer Angst kriegt Ja, schieß ihn mal auf mich, ey Ich bin nicht so ganz Schieß mal bitte Lass mich vorbei Ich geb dir gleich Bro, Mann Schieß den zweites Arschloch, Mann Nein, lass mal verbinden, machen wir wirklich Ich verbinde mich mit niemandem hier, hau ab It's my life, it's my life Willst du mich verarschen, Alter? Was weiß denn jetzt, Mann? Ich verbinde mich nicht mit dir, Mann Ja, ja, damit du mich dann flagrant hier Im Aufzug ballerst Ich hab dir jetzt einmal die Chance gegeben Von ein Innocent zu Innocent Verbindungen aufzubauen, aber wenn du nicht willst Du wolltest doch nicht nur meine Löcher säubern, Mann Hey, Pech Mit deinem Schussrohr Mit meinem Saft Aber gut, mach dir mal, Sascha Ja, ich hab mich in einem Raum eingeschlossen, den ich niemals finden werde Weil du grad gekauft hast, ne? Ja, was war das denn, Alter? Weil du grad gekauft hast, ne? Ja, deswegen hast du auch erst so ein bisschen später geantwortet Nein, raus, raus Aua, sterbe Aus Was machst du denn da, Alter? Bronze, Mann, du hast eine Granate in meinen Raum geworfen Hilfe, Hilfe Nein, Mann, Alter, die kam von hinten oder so Bronze, wie lächerlich war das denn gerade? Hilfe, Hilfe, du hast eine Granate geworfen Der Schatz trifft dich und du sagst Hilfe, Hilfe Bronze, mega verdächtig Bronze down, Aua Ich geh jetzt auch hier in den Raum rein, wenn du willst, kannst du auch eine Granate reinschmeißen Major ist tot Major ist tot Major ist tot Alter, Alter Was ist mit dem Bronze los? Wie laut hätt ich noch schreiten müssen Lelo, Lelo? Ich hab gar nichts gehört, Mann Ja, Alter, ihr müsst mal zuhören Lelo, Lelo, Lelo Ich hab das gar nicht gehört, ohne Scheiße Taros und du? Ich auch nicht, ich hab ganz drauf geachtet Leute, das sind Kollegen, also auf die kann man sich verlassen, Mann Ich hab's einfach nicht gehört Alter, Lelo, wo willst du denn? Aiaiai, ich sterbe Ich find Jetpack einfach scheiße, man kann nie landen, weißt du Doch, kann man Du musst es nur beherrschen Ich kann's nicht Du kannst auch nicht mal Minecraft Smash spielen, Mann Von daher wundert mich das eher weniger Alter, der Bronze führt, was ist hier los, Mann Der Bronze führt Wie kann das denn sein? Ich bin letzter Mann, ich hab'n Score von 1 Meiner Meinung nach ist Taros Traitor Genau, wir wollten immer am Ende der Runde auf den Liste gucken Mal, 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 mal Lass das mal machen, Dreck Wenn die Runde vorbei ist, dann gucken wir dann Major ist Traitor Taros hört sich an wie ein Traitor gerade Major ist Traitor Ich schieß mir jetzt aufs Dach Ich bin Traitor Major ist Traitor Ich bin auch Traitor Das Problem ist Major lügt eigentlich nie Okay Okay, danke Ich bin Traitor Danke Ich bin interessant, Leute Heißt, er ist wirklich Traitor Ich bin das Tupfer Ja, ich bin Traitor Alter, aber jeder mit dem wieder, Mann Mit dem Dämon, äh Ja, Mann Mit dem Dämon Jetzt bleibt doch mal ruhig Ja, das ist Krawatte Ich will nix mehr Ich will nix mehr Oh, da hat jemand mit der Sniper geschossen Ja, äh Das war ich auch mit der Mac Wer hat da umgeschossen? Oh, Major, Major Major ist es Herr, wie denn, warum? Ich hab's gesagt Warum, Marce, warum? Derjenige, der jetzt in diesem Turm hier drin ist Ist ein Traitor Aber warum? Sag doch mal warum Ja, weil da unten ein Slam hängt, Mann Okay, gut Hey, nein Komm raus Traitor, du bist überführt Aus dem Turm des Todes Wo? In welchem Turm? Helf mir mal einer hier Komm mal her Ja, wo denn? In welchem Turm denn? Unten den Traitor, wo ich grad rumballer, Mann Ich hör nichts Warte, ich komme Meiji Wo? Ah, da, okay Wo? Hier unten? Da oben, da Ja, in dem Turm Da muss einer drin sein Wenn der nicht schon raus ist Dann ist er jetzt noch drin Ah, ah, ah Nein Meiji Nein Alter, das gibt's doch nicht Jo, richtig stark, Mann Ich hab nur die Dreckstiegel, ey Wer ist denn, wer ist denn mit einer Slam-Stunde? Nee, gar keiner, scheiße Alter Sascha, du bist so ein Wichser, ne Du bist so ein Wichser Gut gemacht, Sascha Du musst eine Chance wahrnehmen Aber der Bronzer hat die Runde gewonnen Ja Der ist vorbei? Der Bronzer hat die Runde gewonnen, Alter Jo, danke, Meiji 17 Punkten, ey, das war Hammer Ja, cool, danke Danke Dass das mal passiert, hätte ich nie gedacht Hätte ich nie gedacht Okay, Applaus TTT Band Danke Jetzt können wir TTT aufhören, ne Lebenszielerreich Gut Dann bis zur nächsten Runde, mein Lieber Nee, nee, noch nicht Noch nicht? Achso, Major Major macht noch Ansage Hallo, wie geht's euch jetzt? Okay, tschüss Major, Mann Tschüss Schönen Tag Danke Major Ciao Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.